Ja, genau. Happy! Wenn ich bin kill, haha. Oh, 85% Schaden haben wir... Oh, 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 oh! Das Auto wäre fast explodiert, aber zu gut ist es nicht. Sir, macht sie Platz. Danke. Ich rede, ihr geht auf einen Sack. Ich hab das blöde Gefühl in der Blasche, dass ich gleich voll tot bin. Was, du hast ein Gefühl in deine Brieftasche. Genau. Oh, es kitzelt. Der Todeskitzler. Oh, jetzt aber. Jetzt aber langsam, bis das wirst du noch. Sind die dort eigentlich schon alle? Ah, ne, hier ist doch gar keiner. Ah, die hat's, die hat das radioaktive Zeug. Ja. In meiner Alter. Alter. Pack's halt in den scheiß TT, der fast fackelt. Was ist das? Ich hab das nicht in den Team. Leute. Check. Ah, mein Auto brennt, mein Auto brennt! Ach, was. Dann lauf rein und dann gehst du weg hier. Emi Base. Ja, einer raus. Team Base, Team Base. Mach Platz. Pack mich kurz auf das Fenster, dann muss ich sie sehen. Haltet mich alle vom Hals. So gut wie es geht, Sir. Ja, Sir... Krankenwagen, Krankenwagen! Ohohohohoh! Ich hab das dumme Gefühl... Ja, ich werde das... ...kann lass uns mal im Relive machen. Okay. Die sind, glaub ich, da. Äh, ja, 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 hier... Wohin Kinks! Hier war's doch! W- was ist das hier? Warte, ich guck mal. W- Ha! Ich hab's, wiii! Ja, es ist hier und- oh mein' giddes. Ich hab' einen Granaten... Granatenwerfer. Warte, warte, warte! Achtung, die haben einen Granatenwerfer, äh, äh, einen Granatenwerfer, nein, nicht Granatenwerfer, Pazuka, äh, äh, Panzerfaust, genau, Panzerfaust. Sag mir, wenn, ähm, ist es dort ohne? Ist es sicher? Achtung, Hitler, Hitler. Okay, den haben wir. Nehme mal mit, Tipp. Achtung, oh, Panzerfaust. What the? Ich habe gesagt, Panzerfaust haben die. Ach was? Da hinten auf der Brücke ist ein Sniper. Scheiße. Auf der Brücke ist ein Sniper. Unsere Goldene lebt noch. Ja, die, aber ich nicht. Jetzt ist der andere auch tot. Ja, klar, ich treff ihn nicht, aber f*** dich, alter. Durch die Säule, durch. Ja, sorry, es ist auch weh. Pass auf, da ist er, da ist er. Ah. Alter. Das könnte ein bisschen schwer werden, sicherstellen, sicherstellen. Oh, können Sie sagen. Das Böse. Oh, er ist tot. Okay, sorry. Oh, das war ein Raketenwaffe. Ja. Ich müsste den Scheiß jetzt packen. Oh, wo? Wo? Na. Da. Was machen die? Sicherstellen, Pickup, Sicherstellen, Pickup. Ach so. Wir öffnen immer runter und dann. Ich hätte ihn fast gehabt, den Wichser. Ja, das ist ja auch ein paar Leute. Ist das eigentlich unsere, den wir sich gestalten? Nee, das ist nicht unsere. Doch, wir müssen es ab. Ich habe sie getötet. Gut, wir müssen es nehmen. Ja, ich nehme es schnell. Ja, bleiben Sie stehen. Ich glaube, dein Auto müssen wir es tun. Ach, Sam, hier. Alter. Wir müssen jetzt hier aber bei uns abschalten. Äh, ein. Tot. Bleib da, bleib da, bleib da. Ähm. Kurz orientieren. Alter, ernsthaft, also kommt sie schon. Falsch haben Kreisflash. Oh, die mit ihren scheiß Panzerfaust. Das ist zu OP, wenn die immer Panzerfaust haben. Die sind auch alle golden. Das ist, das ist, das ist gemein. Das ist zu nubig, wenn die immer Panzerfaust haben. Ja, es ist zwar schwer, daran zu kommen, aber trotzdem. Das darf nicht sein. Das ist so, wie ich mit dem Panzer kommen würde. Boah, die schießen ja nur mit dem Raketenwerfer. Ja, sie könnten es. Anscheinend ja nicht. Hm. Ja, anscheinend nicht. Pass auf, Pac-Man, die schießen mit dem Raketen. Ich werfe mich da sehr vor, wenn ich mit dem Raketen schieße. Oh, von hinten. Den einen habe ich, jawohl. Du musst mir auch eine AK holen, also die Sniper, die geht mir auf den Sack. Uh, der hat eine UC gehabt. Nichts wollen bei Mr.Swiss zocken. Die haben es genommen, die haben es. Ah, das gibt es doch nicht. Auf das Auto drauf. Rahm sie, rahm sie, rahm das Auto einfach. Ja, da ist einer der scheiß Dreck. Komm hier. Ja, ich laufe doch. Ja, ins Auto. Das ist ein Auto, dem kannst du nicht hinterher laufen. Ja, doch. Ich muss ja auch unbedingt die langsamste Karre von allen finden, ne? Mhm. Der mit seiner scheiß Panzerfaust. Ist er auf dem Auto drauf, oder wie? Ja, er ist ausgestiegen und dann... ZZBAM! Final hole! Ja! Komm, das schaffen wir auch. Ja, komm, komm, komm. Hab ich ihn noch getroffen? Ich glaube, ich habe ihn noch getroffen. Ne, ich habe es nicht. Er ist reingerannt. Ach komm, jetzt sind die... Jetzt nehmen sie schon Punkte ein. Haben gar nicht bemerkt. das müssen wir schaffen das könnte sich halt schwer aber ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin H hat Teamkill gemacht und da ist er mit dem Raketen Nein! Ich bin der Rakete ausgewichen Ich werde jetzt sterben Töte ihn, Pac-Man Oh oh, Pazifalzen Da hinten ist noch ein Sniper Alter, wie geil die sich koordinieren Ernsthaft? Scheiße Scheiße, Mann Ich konntest nur ein Stück mitnehmen Ich hab's auch ein Stück Ich hab's in die Ecke gebracht Jetzt könnt ihr's eigentlich nehmen ohne abgeschossen zu werden Okay, los, los, los Okay, die holen's wieder Die holen's wieder Ja, die haben's wieder Mist Scheiß Zivis, Alter Haha, das war ne Säule, kein Auto Wir brauchen unbedingt die Waffen, die sie lähmen Das ist, das ist übel Das siehst jeden auch Ich hab ihn Schönes Ding Ich bin fast tot Ich hab's nachladen Das ist nachladen Ah, das schaffen wir nicht mehr Das ist hoffnungslos Mist, 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 Mist Hab ihn! Da ist ein Sniper Da ist ein Sniper Sinn Peri 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 HNP HNP Oh mein Gott Wo ist Peri? HNP Oh mein Keine Mitfahrter Hab mich schnell reint gegeben Ah, das da Ah, das da Das Nu Baut ist so schlecht Du bist schle- Hoppla Ich hab's doch selber dass Nu Baut Ohppla Du hast mich so gefloßt Was, was! Ich habe mein Auto getötet. Du Automörder. Wie lange geht denn die Mission eigentlich noch? Bis jemand gewonnen hat. Nein, ungefähr eine Minute. Ja okay, dann muss ich auch auf. Wollen wir nachher zu zweit noch weiter aufnehmen? Äh, wenn ich genug Speicher dann noch habe, ja. Weil ich will mir nachher noch eine Runde mit AK spielen. Okay. Ja, wir können schon so zweit aufnehmen, also ich mein, so ist es ja nicht. Wow, 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 wow. Wow, wie du weggefetzt wurdest. Wow! Ja. Die ganzen Bastarde mit ihren scheiß Bazookasen. Okay, wir haben verloren. Ja. Jo, da muss ich mal jetzt auf. Ja. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Ich hab, ich hab dich in die Gruppe eingeladen, oder? Keine Ahnung. Ja, tschüss YouTube und tschüss Leute. Tschüss. Ich glaube, ich kann dich aufnehmen. Ähm, nur würde ich kurz sagen, wenn wir kurz cutten könnten. Okay. Ist das okay? Jo, ich mach auch diesen Cut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, das ist besser, wenn wir das hier nehmen. Oh. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt alles reißen können. Ob wir jetzt was reißen können? Ja, ob überhaupt. Vielleicht hat uns auch nur der Blobler behindert. Vielleicht ist er an allem schuld. Er ist sowieso immer schuld. Ne, Spaß beiseite. Ja, natürlich an allem. Ich hab mir übrigens auch eine Pistole gegönnt. Also ich bin noch, ich hab noch nie Polizist gespielt. Ähm, jedenfalls hab ich jetzt so eine orangen Waffe. Die, eine Pistole, die sollte einen eigentlich lähmen. Also ich glaube, sie lähmt einen. Weil es steht, ist nicht tödlich. Und wir müssen zu Razzia. Mit gegen zwei goldene und einen silbern. Und da ist es, da ist es das jetzt. Ich glaub, wir müssen da irgendwas mitnehmen, deshalb parke ich mal so. Aber wir müssen hier mit dem, mit dem Dings da Tür anschlagen. Und danach glaub ich was mitnehmen. Ja. Die kommen. Ja, ich hab's gemerkt. Aber sind wieder die gleichen? Nee, ne. Doch, 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 da sind die gleichen. Alter, scheiß, die waren dran. Wie viele Polizisten sind hier überhaupt? Vier oder so. Hm. Ja. Ähm, ah, die sind da vorne, okay. Warte, da. Sir, sie können die Autos behalten, wenn ich... Nein, sie können es doch nicht behalten. Äh, ach so, wir müssen wirklich nur die Tür einschlagen, okay. Okay. Ja, dann sollten wir es schaffen. Weißt du was, ich nehme mein Auto noch mit. Haha, ist besser. Ja, du kannst hier. Hättest hier machen können, aber kein Problem, du. So, los geht's. Wo sind die? Die sind hier bei den Dächern oben dran. Einer ist am Campen da. Kein gutes Omen. Kein gutes Omen. Sobald ich mit meinem MG laufe, ist die Zieldingens so übel scheiße. Ich glaube, ich gehe mal ganz hoch und... Alter, der Rückschlag ist krass. Hä, da stand da nicht mal. Wie kann der mich killen? Hm. Ich habe ja vorhin da hingezielt, der war da nicht. Mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Genau. Die müssen... Die lösen alles. Hä, wo geht's denn hier nach hoch? Ah, da. Okay. Nach hoch. Nach hoch. Ja, ja, du. Ja, da habe ich keine Chance mit dieser Scheiss Pistole. Was sag ich hier? Da musste ich mit dem... Mit einem harten Gerät ran. Mit einem hartes Gerät. Hm. Ich mag's hart. Harte Kartoffeln. Hm. Oh Gott. Oh mein Güttes. Mit was für Typen nehme ich auf, Alter. Miep, Miep, Miep. Ach, da steht er. Ups. Dung, dung. Dung, dung. Dung, dung. Ja. Tolle Wurst. Ah. Die Katastrophe hier. Lecker Wurst. Oh mein Güttnes. ah der ernsthaft der dort am sniper kein gutes omen kein gutes omen hier stehen doch nicht hier scheiße stehen die denn da oben der steht eben noch da las die hier oben stehen bitte ich will doch nur da hoch was ist daran so schwer ja du musst einen riesen umweg nehmen wobei ich war einfach hinter ihnen dann passt das kletter klett klett den zaun hoch mal durch ist mal ich hole die mir jetzt die da oben stehen ab in alter macht das ding fett damage er ist übel wenn du ein ganz abgecretet das teilhaus in der hand ich habe mich auf das behinderte dach ja ich weiß das ist übel also du meinst auf die autobahn da achso nichts läuft ok und hier auch noch mal rebe und hoppala ja ist klar ne er trifft mich aber ich triff ihn nicht alter f*** die henne jetzt komme ich von hinten und ramo ich mein mg in den anus in den anus ernsthaft alter der mit mit seiner uti ja auf nahkampf ist halt ziemlich fett ja nahkampf schon aber sonst ja mit einer uti ist ja noch nicht in fernkampf ja normalerweise nicht normalerweise ja nicht also schon wieder hier gestorben das gibt es ja nicht so kommt jeder hoch ok ok du pussi bleib mal oben sagt der richtige war dann mit einer uti das gibt es nicht das ist übel das ist das sollte alles verboten werden ja alle alles verbieten nur noch nur noch schlagen genau wir sollten uns nur noch prügeln dürfen das sehe ich gerade meine aufnahme also meine festplatte ist ganz voll das ist nicht so duftig das ist gar nicht duftig und ich bekomme nicht mal einen haupt warnen hinweisen ok das ist noch viel duftiger ja das ist das ist so das steht hier irgendjemand dem ich mein mg reiner am kind ne schade hinten steht an ich hoffe sie mich jetzt nicht genau unser wenn hier steckt fest ja wir haben noch 23 sekunden was wenn sie es noch schaffen würden das wäre das dufte ja wenn ihr mir den typen vom hals halten könntet ah weißt du was yolo bam bam oh bam bam ah ok du hast es ich habe es aber ich habe auch bald eine kugel im kopf oder eine granate am arsch lol also ich es noch geschafft hast in den letzten paar sekunden und das ist übel das ist übel das ist übel gottlike ne hm na wo 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 na ja ihr könnt hier gerne hochkommen dann begrüsst euch mein mg hehehe weil gegen mein mg auf nahkampf ne das fetzt ein bisschen ein bisschen ein bisschen wie komme ich hier am schlaussen na egal hier geht es runter nämlich mit häng dich raus ach ich kann mich mit meinem mg nicht raushauen ja weil es op ist ja ja und die warten da schon wie nett stirb dumme pisser boah deine waffe ist ja voll op ok ich habe beide auf mehreren gefeuert also deshalb hast du es geschafft jetzt denkst du ich will auch mal so ein auto durchsuchen achtung ach das bist du ja schon da hinten ist einer da hinten scheiße das könnte noch lustig werden ja könnte es muss aber nicht man muss nicht ja ja sicher mache ich auch den ganzen tag ich auch häng auch gern mal auf seinem schild an ab ich nehme es jetzt eigentlich noch auf oder äh ne meine ganze festplatte ist voll ich habe nur noch 100 megabyte freier speicher ja ok pass auf ne da sind die paar ja ich spürs oh und deine gerade ablängst du ablängst du ablängst du ablängst du ablängst du spät die sind überall gleich nicht mehr einer ist nicht mehr da wie das einem geht einfach nur rein fetzt man aber auf distanz kann ich den kollegen nichts ausrichten weil da ist einer auf dem auf dem ja ja auf der autobahn bis ich hier über den zaun geklettert bin habe ich längst zeitlich gesegnet wieso drei minuten nein 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 fuu ja klar klar ich schieße auch gerne immer durch eine wand durch ja ich nehme den kollegen hier mal fest hallo kollege lol wie kannst du den festnehmen äh ich hab die pistole die kein damage macht und dann wird er betäubt der kann ich ihm hingehen die knarre an den kopf halten oder kann ich ihn festnehmen egal aber leider ist die knarre durchsucht die karre durchsucht die karre aber ich würde sagen ich beende hier die aufnahme auch mal weil ich wollte eigentlich das nrg noch kurz ausprobieren und zeigen und Fazit es fetzt rein es fetzt richtig hart rein genau deshalb würde ich sagen machen wir hier ein ende ja können wir und ähm danke schon mal fürs zuschauen wie immer äh ist sind äh ist der green bit cube ähm channel von pacman und äh bloble äh verlinkt natürlich und umgekehrt natürlich auch genau also auch mal bei ihm vorbeischauen ja auch mal nett dass sie ihre sicht auch mal sieht nein keine neue mission und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal jo